Ein Mädchen, das habe ich kennengelernt heuer bei der Suche nach dem größten Talent, das ich wieder gemacht habe. Und sie hat 2021 bereits ihr erstes Weihnachtsalbum herausgebracht. Sie ist zehn Jahre, das muss man sich vorstellen. Sie komponiert selber, sie textet selber, sie gehört auf die Bühne, sie ist ein Engel und singt uns jetzt. Ein wunderschönes Weihnachtslied liert, Lied, das von ihr selber geschrieben ist. Meine Damen und Herren, ich wünsche gute Unterhaltung. Hier ist die zehnjährige Amelie Ricker. Tausend Lichter glitzern auf Bäumen, Weihnachtstüfte lassen uns träumen. Von der schönsten Zeit, auf die sich jeder freut. Es ist schön und kaum zu glauben, Schnee fällt leise auf meine Augen. Bald ist es soweit, ja alle sind bereit. Halleluja, 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 fröhliche Weihnacht. Glöckchen klingen leise, der Weihnachtstern geht auf die Reise, leuchtet hell vom Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt. Das ist jetzt der Tag nachzudenken, wen kann ich wohl Freude heut' schenken? Ist es auch nur Zeit, die du mit Freunden teilst? Unsere Herzen öffnen sich ganz weit, Liebe, Frieden, Glück und Gesundheit wünsch' ich euch so sehr. Der Himmel bringt es her. Halleluja, 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 fröhliche Weihnacht. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, fröhliche Weihnacht. Halleluja, Halleluja, allen Eilen, fröhliche Weihnacht. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Das gibt es auch auf Spotify oder wo findet man das überall? Genau, es ist auf Spotify, Apple Music und YouTube. YouTube auch, na gut. Es gibt ein wunderschönes Musikvideo auf YouTube zu diesem Lied. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Du bleibst jetzt auch ein bisschen, aber wir sagen schon die Nächsten an. Ich weiß, dass du sehr gut tanzen kannst. Kannst du auch lateinamerikanische Tänze? Ja, also es gibt ein Lied von mir, mein ganz neues Lied, mein zweites neues, das geht so in Samba-Rhythmus. Und das heißt, du bist das Liebste für mich und mit diesem Lied war ich auch in den Austrian Schlagercharts auf Platz 1. Was sagt sie jetzt dazu? Amelie, ich sage Dankeschön und wünsche dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund, schön, dass du heuer bei mir warst und ich werde genau beobachten, wie erfolgreich deine Karriere verläuft. Danke, du bist eine ganz tolle. Ich bedanke mich, danke, dass ich heute hier sein darf. Ihr seid ein tolles Publikum. Nun, was ist mit mir? Ja. Das ist... Moment, Moment. Und bei dir, lieber Andi, bedanke ich mich am meisten. Danke, dass du mich hier eingeladen hast. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Weißt du, wie man das nennt, wenn man die Kurven dann kratzt? Du hast dich bedankt beim Publikum von mir, wenn ich nichts gehört habe, aber jetzt ist es in Ordnung. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Das Beste kommt am Schluss, oder? Boah, sage ich nichts mehr. Amélie, meine Damen und Herren, Amélie Rika, danke dir.